Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial für Koordinierungskreise. Hier möchte ich euch zeigen, wie ihr News auf der 72-Stunden-Webseite erstellen könnt und was ihr da so alles dabei beachten müsst. Zunächst mal haben wir hier unten unter Sonstiges einen Ordner News. Dort werden die eigentlichen Nachrichten gespeichert. Und dann gibt es drei Seiten, die für die Anzeige wichtig sind. In der Standardkonfiguration, so wie ihr sie erstmal habt und hier ja gerne natürlich so übernehmen könnt, gibt es hier auf der Koordinierungskreise-Startseite, wenn ihr die in der Seitenansicht anschaut, hier unter die V2-Spalte ein Plug-in-Element mit News. Das machen wir gerade mal kurz auf. Da ist eben ausgewählt Plug-in einfügen und dann als Plug-in ein Plug-in News. Da müsste im Grunde eigentlich auch alles schon so eingestellt sein, dass es für euch passt. Hier ist konfiguriert, dass keine Bilder in der Vorschau angezeigt werden, weil es eben nur sehr schmale News-Elemente sind. Dadurch, dass wir hier in zwei Spalte haben, es wird maximal drei Stück angezeigt, könnt ihr hier ja verändern. Untertitel abschneiden braucht ihr nicht, weil auf dieser Ansicht sowieso das eigentlich passen müsste, wenn ihr Untertitel kurz genug haltet. Hier braucht ihr auch nichts einstellen. Und auch hier hinten sollte eigentlich nichts konfiguriert werden müssen. Sollte es doch irgendwie Probleme geben, dann könntet ihr hier mit diesem Ordner-Symbol für die Einzelansicht, hier die Einzelansicht-Seite auswählen und als Seite, wo die News herkommen, dann hier unten diesen Ordner. Aber eigentlich müsste das alles so funktionieren. Nur für den Fall, dass es Probleme gibt. Die zweite Seite, wo wir eine etwas breitere Ansicht der News haben, ist dann diese hier. Da wird nur eine News-Liste angezeigt. Jetzt haben wir auch wieder das gleiche Plug-in. Wie vorher auch steht hier, dass die neuesten Nachrichten oben stehen, nach Datum sortiert, absteigend. Hier ist jetzt eingestellt, wie groß die Bilder maximal sein sollen, die in der Vorschau angezeigt werden. Das könnt ihr gerne auch noch ein bisschen kleiner machen, wenn euch das zu groß aussieht. Und hier würden momentan fünf Bilder angezeigt werden und Untertitel nach 100 Zeichen abgeschnitten werden. Da zeige ich euch gleich noch, wo man das dann sieht oder wie sich das auswirkt. Und da hinten die gleichen Sachen. Also auch hier braucht ihr wahrscheinlich nichts verändern, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Dann, ja, auch eben hier wieder die Einzelansicht auswählen und da den Ordner News. Ja, und dann gibt es hier eben die Einzelansicht. Die ist, das sieht man hier leider gar nicht, ein Element flexibler Inhalt und zwar eine Co-Kreis-Unterseite. Das heißt, von der Breite her passt das so, dass eben nebendran noch eine rechte Spalte ist. So, beschriften wir es gleich mal ordentlich. Und innen drin ist eben auch wieder ein Inhaltselement vom Typ Plugin. Also hier Plugin einfügen, News. Und jetzt hier bei Ansicht, das ist hier was anderes ausgewählt, nämlich jetzt nicht mehr Latest View wie bei den anderen, sondern hier Detail View, also die Einzelansicht. Die Angaben da unten drunter sind dann eigentlich egal. Hier sollte in der Regel das bei euch schon drinstehen, sollte auch drinstehen bleiben. Da unten, wie viele angezeigt werden, ist eigentlich unwichtig, weil das gibt es hier nicht. Bei sonstigen Einstellungen, da ist jetzt hier mal wichtig, dass bei Zurück die richtige Seite drinsteht. Möglicherweise kann es da manchmal Probleme gegeben haben, dass da nicht die richtige ausgewählt wurde. Das heißt, wenn euer Zurück-Link in einer News-Einzelansicht nicht auf die richtige Seite führt, dann löscht ihr das hier und wählt hier aus. Hier einfach diese Seite News. Da steht die wieder drin, weil manchmal hatten wir schon das Problem, dass dort eine Seite von einer anderen Ebene irgendwie ausgewählt war, die mitkopiert wurde. Da stand zwar hier auch News, aber es war halt eben nicht die richtige News-Seite mit der Seiten-ID aus eurem Bereich. Ja, und bei Problemen könntet ihr eventuell hier noch angeben, dass die News da rauskommen, aber das müsste eigentlich automatisch passieren. Also geht mal eigentlich davon aus, dass ihr erstmal nichts ändern müsst. So, das waren hier die Voreinstellungen. Dann haben wir hier unten jetzt den Ordner News. Da das ein Systemordner ist, brauchen wir dafür die Listenansicht. Da sind jetzt hier schon mal drei Testnachrichten drin. Sollten bei euch noch keine da sein, ist auch dieses Feld hier nicht da. Dann steht nur hier oben das Element neuen Datensatz erstellen. Da wählt ihr dann eben aus News. Und zum Vergleich, wenn das schon da ist, könnt ihr hier draufklicken. Da wird dann automatisch ausgewählt, dass ihr eine neue News erstellen wollt. Spart quasi einen Klick. Dann machen wir jetzt einfach mal eine. Nennen sie Testnews. Der Untertitel ist was, was nur in der schmalen Ansicht dargestellt wird. Zeige ich euch dann gleich. Also nur bei dem, was hier auf der Test-Kuckreisseite steht. Hier auf dieser News-Seite werden die ersten 100 Zeichen von dem Text, der hier unten steht, angezeigt. Jetzt kopieren wir mal ein paar Mal, dass hier ein bisschen Text da steht. So. Wenn ihr da irgendwie noch Links einfügen wolltet, könntet ihr das genauso machen wie immer. Markieren und dann hier auf Link einfügen. Könnt ihr die Sachen auch noch ein bisschen formatieren, hier irgendwas fett machen, kursiv oder Formate auswählen. Aber in der Regel ist das bei News eigentlich nicht notwendig, sondern da gibt es die Überschrift, die automatisch formatiert wird. Und dann könnt ihr hier eigentlich im Grunde relativ schlicht den Text reinschreiben. Vielleicht bei Bedarf mit Aufzählungszeichen oder so. Links braucht man wahrscheinlich eher noch. Ja, hier das Datum, an dem es veröffentlicht wird. Da steht das heutige Datum schon drin. Die anderen Felder hier braucht ihr in der Regel nicht. Hier können wir jetzt ein Bild auswählen. Das machen wir jetzt einfach auch mal. Und laden einfach mal eins hoch. Ja, nehme ich mal hier diese Shop Collage hochladen. So, hochladen, fertig. Dann haben wir jetzt hier die Datei. Die ist zwar erstmal relativ groß, aber die wird dann eben automatisch angepasst. Wir wählen die hier aus. Geben dem noch eine Bildunterschrift. Die anderen Felder unten drunter könnt ihr auch komplett ignorieren. Die werden nicht mit ausgegeben. Auch hier hinten dran braucht ihr nichts machen. Hier könnt ihr noch ein Start-Stop-Datum setzen, aber werdet ihr in der Regel auch nicht brauchen. Und hier gibt es noch ein Feld, wo ihr eine Kurzbeschreibung für das News-Archiv reinstellen könnt. Das gibt es momentan noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie das realisiert wird. Aber vielleicht schreibt ihr da einfach im Zweifel das Gleiche rein. Wie ihr hier beim Untertitel habt, es kann auch sein, dass das Feld noch irgendwann wegfallen wird. Das werden wir dann wirklich noch zur gegebenen Zeit dokumentieren. Aber momentan ist das noch nicht so ganz klar. So, dann machen wir hier noch den Haken bei Verbergen weg, damit das dann auch direkt angezeigt wird. Und gehen auf Speichern und Schließen. Um es uns anzusehen, fangen wir mal auf dieser Seite hier an, wo wir die schmale Ansicht haben. Und rufen die Seite auf. So, dann haben wir hier unten die zwei alten News und hier die Testnachricht mit dem Untertitel, dem Datum, der Überschrift und hier einen Link zum Weiterlesen. Die breitere Ansicht haben wir hier auf der Seite News. Da wird hier das Bild schon mal mit angezeigt. Da steht der Text. Und hier auch wieder ein Weiterlesen-Link. Den klicken wir jetzt einfach an. Wir kommen dann auf die Einzelansicht. Da haben wir hier das Bild. Wenn ich es anklicke, wird es groß. Die Bildunterschrift unten drunter. Und hier beginnt dann eben der Text. Und hier der Link zurück. Und das ist eben auch der Link, bei dem es manchmal schon Probleme gab, dass der nicht auf die richtige Seite geführt hat. Von daher probiert das einfach mal aus. Und wenn ihr dann wieder zurück hier zu dieser Liste kommt bei euch, dann ist alles richtig. Ja, das war es soweit auch schon zur News-Funktion der 72-Stunden-Webseite. Wenn ihr dazu nur weitere Fragen habt, könnt ihr euch dazu jederzeit gerne an das Web-Team wenden. Macht's gut und bis bald! Und dann geht's gut. Also, wenn ihr euch da seid. Vielen Dank.